Willkommen auf meinem Kanal StreamPunk und auch willkommen zu einer neuen Blitz-News-Ausgabe einer ganz besonderen. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, der Iran hat aktuell einen massiven Angriff auf Israel gestartet. Für seinen beiden empfiehlt US-Militärraketen abzuschießen. Ja, die Ereignisse überschlagen sich. Wir sehen hier die aktuellen Google News zu diesem Thema. Ich persönlich habe ein Video gesehen, welches ich jetzt hier nicht zeigen kann. Dann wird mir wahrscheinlich dieses Video zensiert, gesperrt. Dieses Video, was ich gesehen habe, stellt, also man kann dort sehen, eine Abfolge von Raketeneinschlägen in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Acht Raketen habe ich gezählt in diesem ungefähr fünf, sechs, sieben Sekunden langen Video. Und ja, das ist eine heftige Sache. Alle sprechen immer vom Dritten Weltkrieg. Wann kommt der Dritte Weltkrieg? Wann kommt der Dritte Weltkrieg? Ich denke, die Ukraine hat sich nicht geeignet zum Austragen des Dritten Weltkrieges. Und jetzt ist das verlagert worden. Und da habe ich einen Artikel in internationalen Medienportalen gefunden. Und das möchte ich euch eben einmal zeigen. Hier wird das ganz klar beschrieben. Iran hat einen massiven Raketenangriff auf Israel gestartet, bei dem nach iranischen Angaben auch erstmals Hyperschallraketen zum Einsatz gekommen sein sollen. Na, die werden wohl wahrscheinlich von Russland ausgeliefert worden sein. Terran drohte Israel zudem, mit einer vernichtenden Reaktion sollten sie einen Gegenschlag in Erwägung ziehen. Also von einer vernichtenden Reaktion wird hier gesprochen, was auch immer damit gemeint ist. Auf alle Fälle, der Iran hat hier Israel angegriffen. Und normalerweise ist Israel immer im Schutz der USA, die jetzt aber sagen, komm, gut, da schauen wir jetzt gleich nochmal rein. Aber das ist hier eine ganz, ganz, ganz heftige Situation. Nach Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF hat Iran einen massiven Raketenangriff auf Israel gestartet. In einer Mitteilung der IDF heißt es, vor kurzem, ja, wurden Raketen auf Israel abgeschossen. Okay. Die Bevölkerung sei angewiesen, wach sein zu bleiben und Anweisungen des Heimatfrontkommandos genau zu befolgen. In den letzten Minuten hat das Heimatfrontkommando in verschiedenen Gebieten des Landes lebensrettende Anweisungen verteilt. Okay, die werden hier zitiert, oder was? Die Bevölkerung wird gebeten, sich an die Richtlinien zu halten. Wenn sie eine Sirene hören, müssen sie einen geschützten Raum aufsuchen und dort bis auf Weiteres warten. Und hier wird, ja, das ist ein Zitat vom IDF, die IDF tun und werden alles Notwendige tun, um die Zivilbevölkerung des Staates Israel zu schützen. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, wurde in ganz Israel Luftalarm ausgerufen. Laut ersten Berichten sollen bereits Raketen bzw. Raketenbruchstücke in Tel Aviv eingeschlagen sein. Die Luftverteidigungskräfte sind derzeit dabei, die Raketen aufzuspüren und abzufangen. Okay. Hier wird von Hyperschallraketen gesprochen und hier wird jetzt so gesagt, ja, wir sind noch dabei, die Raketen aufzuspüren und abzufangen. Ja, okay, die sind alle längst eingeschlagen, ihr könnt aufhören. Entschuldigt bitte, dass ich so darüber kichern muss, aber das ist hier schon wieder so merkwürdig geschrieben, weil vor allen Dingen hier auch diese IDF, die werden hier zitiert. Das sieht man ja an den Anführungszeichen, der Pressesprecher der IDF in einer Erklärung. Hyperschallraketen, das ist schwierig und dann wird ja auch gesagt, dass in Israel dieser besonders gute Luftabwehrschirm dort, dieser Raketenschirm installiert ist, ja, der ja auch so, ja, hoch angeprangert, Quatsch, angepriesen wird. Und wie gesagt, das, was ich gesehen habe, waren acht Einschläge innerhalb von sieben bis acht Sekunden. Da müsst ihr mal ein bisschen schauen auf Telegram, bei YouTube ist immer so eine Sache. Ja, ich traue mich manchmal nicht, solche Dinge hier zu zeigen. Lass uns mal ganz kurz im Text hier weiterschauen. Die Explosionen, die sie hören, stammen von abgefangenen oder abgestürzten Raketen, behauptete Israels Militär weiterhin. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars erklärten, dass Korps der iranischen Revolutionsgarden, dass der Raketenangriff eine Reaktion auf die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh, des Hisbollah-Generalsekretärs Nassan Nasrallah und des IRGC-Kommandeurs Nil Forushan im Libanon sei. Teheran warnte zugleich, wenn Israel darauf reagiert, wird es einen vernichtenden Schlag erleiden. Tja, das haben wir ja schon, jetzt schon seit Monaten spüren wir das ja, dass die gesamte arabische Welt sich hier tatsächlich gegen Israel wendet, mit großer Vehemenz. Auch die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen warnte Israel in einem Beitrag in den sozialen Medien vor einem Vergeltungsschlag und schrieb, musst du dir vorstellen, die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen warnt Israel in einem Beitrag in den sozialen Medien. Also auf Instagram oder was? Hat die iranische Vertretung ein Instagram-Konto oder wie? Hier denn auch, hier werden sie wieder zitiert, die legale, rationale und legitime Antwort Irans auf die terroristischen Handlungen des zionistischen Regimes, die sich gegen iranische Staatsangehörige und Interessen richteten und die nationale Souveränität der Islamischen Republik Iran verletzen, wurde ordnungsgemäß ausgeführt. Das ist also die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen in ihrem Social-Media-Beitrag. Ja, also ich weiß nicht, war das früher nicht irgendwie wenigstens notwendig, dass das irgendwie, also Social-Media, naja gut, wir schauen mal weiter. Weiterhin hieß es dort, und hier werden sie weiterhin zitiert, sollte das zionistische Regime es wagen, darauf zu reagieren oder weitere böswillige Handlungen zu begehen, wird es eine konsequente und vernichtende Antwort geben. Den rationalen Staaten und den Unterstützern der Zionisten wird geraten, sich von dem Regime zu trennen. Das sind ja klare Worte. Das Weiße Haus veröffentlichte kurz nach dem iranischen Raketenangriff eine Erklärung, wo der Präsident befahl, die Raketen abzuschießen. Die USA, die ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt haben, spielten eine entscheidende Rolle beim Abschuss iranischer Raketen während des letzten Angriffs Terrans auf Israel am 13. April. Das Weiße Haus teilte ebenfalls mit, dass Biden und Kamala Harris das Geschehen vom Situation Room aus beobachten. Na, das ist ja, ist das die Intensivstation oder was? Gegen 19.50 Uhr Berliner Zeit teilte Israels Militär laut Al Jazeera dann mit, dass die Einwohner die Schutzräume verlassen können. Die Mitteilung erfolgte etwa eine Stunde, nachdem israelische Einwohner in bestimmten Gebieten dazu aufgefordert worden waren, sich in die Sicherheit zu bringen. Die IDF wies die Bewohner an, die Situation weiterhin zu beobachten. Nach einer vorübergehenden Sperrung aufgrund des Raketenangriffs hat Israel nun auch seinen Luftraum wieder geöffnet. Unterdessen erklärte der libanesische Regierungsvertreter, dass der Luftraum des Landes vorübergehend für zwei Stunden für den Flugverkehr gesperrt wird. Also da andersrum. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seinem israelischen Amtskollegen, also dem Verteidigungsminister Israels, zudem mitgeteilt, dass Washington in Erwartung des iranischen Angriffs seine Streitkräfte in der Region verstärkt habe. Das Gespräch fand offenbar statt, bevor Teheran hunderte von Raketen auf Israel abfeuerte. Hier wird er wieder, achso, hier wird in einer Erklärung des Pentagons eine Stellungnahme abgedruckt oder veröffentlicht. Der Minister, also der US-Minister und der israelische Minister erörterten die schwerwiegenden Folgen für den Iran. Für den Fall, dass dieser sich zu einem direkten militärischen Angriff auf Israel entschließen sollte, hieß es im Vorfeld in der Erklärung des Pentagon. Wie ein hoher iranischer Regierungssprecher? Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte, habe Teheran Moskau im Vorfeld über den Raketenangriff auf Israel informiert. Auch die USA sollen von Teheran über diplomatische Kanäle kurz vor den Angriffen alarmiert worden sein. Ja, gab es nicht vor ein paar Monaten so eine, so eine, wie sagt man das so, bei einem Treffen zwischen Moskau und Iran, dass die sich da gegenseitig militärisch unterstützen werden in Zukunft. So ein Vertrag, der da geschlossen wurde. Das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass einige der von den IRCG abgefeuerten ballistischen Raketen auf israelische Panzer im sogenannten Nezarim-Korridor abgefeuert wurden. Dieser wurde eingerichtet, um den nördlichen Gazastreifen in den ersten Tagen der israelischen Offensive vom Süden der Enklave zu trennen. Der IRGC erklärte, die Bemühungen seien erfolgreich gewesen und beschuldigte das israelische Militär, die Nachrichten diesbezüglich zu zensieren. Die Behauptung des IRGC kann derzeit nicht unabhängig geprüft werden. Bei dem Angriff auf Israel sind nach iranischen Angaben auch erstmals Hyperschallraketen zum Einsatz gekommen. Mit der Rakete vom Typ Fatah 1 sei es den Luftstreitkräften der Revolutionsgarden gelungen, die israelische Luftabwehr zu überwinden, berichtet der staatliche Rundfunk. Der israelische Armeesprecher sagte, die Luftabwehr des Landes habe zahlreiche Raketen abgeschossen. Nur in den zentralen südlichen Gebieten des Landes habe man einzelne Treffer verzeichnet. Zum jetzigen Zeitpunkt bewerten wir die Situation. Uns sind keine Verletzten bekannt. Auch die Angaben der IDF können zur gegenwärtigen Stunde nicht unabhängig verifiziert werden. Das ist interessant. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurden im Raum Tel Aviv allerdings zwei Menschen durch herabfallende Granatsplitter verletzt. Auch an anderen Orten habe es einige Verletzte gegeben. Im Westjordanland soll ein Palästinenser zudem durch herabfallende Raketenteile ums Leben gekommen sein. Israels Militär kündigte an, dass der iranische Angriff auf Israel Konsequenzen haben wird. Man habe Pläne auf den iranischen Raketenangriff zu reagieren. Ja gut, wurde aber gesagt, lieber nicht. Wir haben Pläne und wir werden an dem Ort und zu der Zeit operieren, die wir bestimmen. Laut Medienberichten wollen die IDF noch heute Abend Luftangriffe im gesamten Nahen Osten durchführen. Im gesamten Nahen Osten. Also diese Zitate, die hier genannt werden, von diesem israelischen Militärsprecher, muss ich ganz ehrlich sagen, hört sich an. Es ist der gleiche Größenwahn in der Sprache, wie wir ihn hier auch erleben bei uns. Also ja, dieser Größenwahn. Iran greift Israel an. Also das hätte man sich vor 10 oder vor 15 Jahren mal denken sollen. Was wäre hier los gewesen? Das Einzige, was die Amis sagen, ist, die US-Soldaten sollen die Raketen abwehren. Also die sind ja fürchterlich in die Knie gezwungen, hat man so das Gefühl, die USA. Klar, der Russe, der macht da überall Handshake und ein Vertrag nach dem anderen. Wie gesagt, diese militärische Zusammenarbeit wurde auch zugesichert vor ein paar Monaten oder wann war es? Vor einem Jahr vielleicht. Also es ist irre und es bleibt irgendwie irre. Und jetzt habe ich noch ein Video gefunden, das habe ich zusammengeschnitten. Das ist ein aktueller Bildbericht von der Bild-Zeitung, ja. Und da wird einfach, und das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist dieselbe Kerbe, nur eben halt Ukraine. Da wird einfach genannt, dass ein Deutscher als Agent für den ukrainischen Geheimdienst in der Ukraine Drohnen steuert, beziehungsweise Drohnen repariert. Das wird da einfach so genannt. Und natürlich ist das wahrscheinlich ein Ex-Soldat, aber vielleicht ist es auch ein aktiver Soldat oder jemand vom, was weiß ich was, von irgendeiner Spezialeinheit. Also es wird einfach zugegeben, dass deutsche Soldaten da unten operieren. Und das sage ich euch jetzt. Und das ist dieses Video hier. Haltet euch fest. Wir wollen reden mit einem der letzten Deutschen, die hier noch aktiv sind in diesem Krieg, die also weiterhin für die Ukraine kämpfen. Berlin, so ist sein Rufname, arbeitet für den ukrainischen Militärgeheimdienst GUR. Und er wird uns jetzt verraten, was er hier tut und was seine Spezialität ist. Kannst du uns vielleicht sagen, mit was haben wir es hier genau zu tun und was ist der große Unterschied dieser beiden? Ja, also wir haben in der Ukraine halt den Fall, dass wir sehr viel noch aus konventionellen Teilen bauen, also wirklich im Handel der werblichen Teile, die fast ausschließlich aus China kommen. Die Ukraine fängt mittlerweile an selber Teile zu produzieren, aber das ist alles aus, ja fast Privat-Initiative. Das ist eine russische Drohne, die wir abgeschlossen haben. Hier sieht man, der Rahmen ist aus Aluminium. Das wird alles komplett in Russland gemacht mittlerweile. Die Motoren ohne Fabrik, vermutlich auch komplett in Russland. Der ist die Video, der WTX, Videoantenne und alles auch komplett in Russland gebaut. Das einzige, was da noch aus China kommt, sind vielleicht die Kamera, die zerstört wurde und der Flight Controller. Also was heißt das? Das heißt, wir haben Hobby-Technik und die anderen haben Militär-Technik oder was ist es? Ja, also wir militarisieren praktisch diese Drohnen, um sie einsetzen zu können. Und wir versuchen natürlich auch mehr und mehr zu produzieren. Aber die russische Regierung, die baut wirklich eine Kriegsmaschine auf. Also wir wissen, dass sie extrem viele Manitionsfabriken bauen. Sie bauen Panzerfabriken, Luftfabriken und sie bauen Fabriken, um sowas herzustellen. In einer großen Skala. Selbst wenn jetzt sehr viel über Friedensgespräche geredet wird, was natürlich super wäre, wenn der Krieg zu Ende wäre. Aber Russland baut mehr Fabriken und stellt alles mehr her. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn der Konflikt auch bald zu Ende geht, warum erhöhen die immer noch ihr Potenzial zu bauen? Ja, das kann ich euch ganz genau sagen, weil Deutsche als Agenten des ukrainischen Geheimdienstes an Hobby-Drohnen schrauben, um sie militärfähig zu machen in der Ukraine. Deswegen baut der große Panzerfabriken. Also, ja, es ist der gleiche Wahnsinn wie überall. Ja, und überall wird ich mache das Video jetzt extra nochmal heute Abend, weil mir so einfach auffällt, alle haben Angst vor diesem Atomkrieg und vor dem dritten Weltkrieg. Das lese ich so oft. Dritter Weltkrieg. Und da seht ihr, es ist alles in Gange. Es läuft schon bereits. Der dritte Weltkrieg läuft schon bereits. Und damit wäre ich fertig für heute. Am Ende meines heutigen Videos bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und möchte euch noch einmal bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder. Bis zum nächsten Mal.